Hallo meine lieben Tennisfreunde, euer BlueX2 mal wieder am Start. Nintendo sucht schnelle Aufschläge und ich und Nintendo haben uns in Zusammenarbeit eine kleine Aktion überlegt, bei der ihr etwas gewinnen könnt. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal für die Möglichkeit an Nintendo und an SZ Scala. Und um was geht es eigentlich genau? Und zwar müsst ihr meinen Aufschlag schlagen und einen Screenshot davon bis einschließlich nächsten Sonntag auf Twitter teilen. Alle, die dabei einen schnelleren Aufschlag als ich haben, nehmen teil. Wie das Ganze geht, zeige ich euch gleich. Was könnt ihr gewinnen? Ihr könnt als ersten Preis einen Tennisball-Schlüsselanhänger und einen Mario Visor Cap gewinnen. Zusätzlich noch das Spiel Donkey Kong Country Tropical Freeze oder Sushi Striker für die Switch. Der zweite Preis, der bekommt dann das übrige Spiel. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie ihr einen Screenshot macht und auf Twitter teilt. Doch dazu brauche ich erstmal einen schnellen Aufschlag. So, und mit diesem Aufschlag bin ich doch ganz zufrieden. 217 Kilometer pro Stunde für Rosalina. Das ist doch nicht schlecht. Und an dieser Stelle den Tipp geht auf jeden Fall in den einfachen Modus. Da, wo es keine Energie gibt, da sind die Aufschläge deutlich schneller. Und jeder Charakter hat natürlich auch seine eigene, ja, Aufschlagstärke, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr dann euren Aufschlag habt, der schneller ist als 217 Kilometer pro Stunde, drückt diesen Aufnahmeknopf auf eurem Controller für ein paar Sekunden. Und dann geht hier in das Album und hier könnt ihr dann, ja, alles sehen, was ihr aufgenommen habt. Und dann wählt ihr euer Video aus und, genau, wartet an dieser Stelle ab, bis, ja, der Aufschlag kommt. Beziehungsweise bis, ja, bis die Zahl eingeblendet wird. Das ist ganz wichtig, dass diese Zahl eingeblendet wird. Die muss größer als 217 sein. Und dann, ja, hier habe ich es noch nicht ganz so schön erwischt. Genau, die muss gut sichtbar sein. Und dann drückt ihr hier als Screenshot speichern. Das ist eigentlich ganz einfach. Und dann habt ihr ein neues Bild. Und das wählt ihr aus. Und dann geht ihr auf Text eingeben. Dort gebt ihr dann euren Twitter-Namen ein. Bei mir ist es atbluex2- und bei euch ist es natürlich euer Name. Und, ja, den Namen, den gebe ich jetzt hier gerade ein. Geht auch recht fix. Und, genau. So, und wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr auf Beenden und OK. Und dann könnt ihr hier noch so ein bisschen mit den Farben rumspielen, wenn ihr mögt. Und, ja, wenn ihr das dann habt, geht ihr auf Fertig. Und dann könnt ihr das posten. Und ihr müsst euch dabei schon mit Twitter verknüpft haben. Beziehungsweise, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann werdet ihr wahrscheinlich jetzt gefragt werden. Folgt einfach den Anweisungen, dann werdet ihr das schon finden. Und ganz wichtig ist jetzt der Hashtag BlueX2Tennis. Denn, wenn der nicht dabei ist, dann finde ich euren Tweet nicht. Und das wäre sehr schade. Also, ganz wichtig, gebt diesen Hashtag richtig ein, damit ich alle Teilnehmer und vor allem auch euch wiederfinde. Und, wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich auch noch erwähnen. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Wichtig ist der Hashtag. OK. So, und dann geht ihr auf OK. Dann habt ihr alles fertig. Und, dann könnt ihr es posten. Und dann habt ihr, ja, die Teilnahme abgeschlossen. Und macht mit. Vollständige Teilnahmebedingungen findet ihr auf Twitter und in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer. Bis anschließend nächsten Sonntag, den 23.9. Habt ihr Zeit. Vielen Dank nochmal an Nintendo für die Gewinnspielmöglichkeit. Falls noch jemand den Kanal hier noch nicht abonniert hat, könnt ihr das kostenlos tun. Hier gibt es weiterhin Mario Tennis Aces Content und andere Nintendo Content und Streams. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Euer BlueX2. Und... Ciao.